Musik Ein persisches Märchen erzählt vom Erfinder Schachbrett, der zur Belohnung von seinem König pro Feld, angefangen mit einem Reiskorn auf dem ersten Feld, bei jedem weiteren Feld die Kornzahl verdoppeln soll, die das Schachbrett hat, was dem König sehr bescheiden erschien. Doch schauen wir uns das mal genau an. Auf dem ersten Feld habe ich erstmal ein Korn, dann auf dem nächsten Feld die doppelte Anzahl, zwei Körner, vier Körner, acht Körner, 16 Körner. Die Summe ergibt sich, da erinnern wir uns an Aufgabe 2, das war unser erstes Beispiel, auf dem ersten Feld hatten wir ein Korn, auf dem nächsten Feld kommen ja zwei Körner hinzu, haben wir also eine Summe von drei, drei plus vier, sieben, sieben plus acht, 15, 15 plus 16 sind 31 Körner. In Aufgabe A waren ja jetzt Formeln gefragt, mit der man diese Zahlen hier ausrechnen kann. Schauen wir uns erstmal die Zunahme an. Wir haben ja hier im ersten Feld haben wir ein Korn und im zweiten Feld zwei Körner. Wenn wir 2 hoch n nehmen, haben wir 2 hoch 1 wäre 2 und wir brauchen aber hier nur 1. 2 hoch 2 wäre 4, hier haben wir aber 2. Also haben wir 2 hoch n minus 1 wäre die Formel. Überprüfen wir das mal. 2 hoch 1 minus 1 ist 2 hoch 0, das ist 1. 2 hoch 2 minus 1 ist 2 hoch 1, das ist 2. 2 hoch 3 minus 1 ist 2 hoch 2, 4 und so weiter. Also stimmt die Formel. Dann sollte für die Summe der Kornanzahl für n Felder die Formel entwickelt werden. Hier haben wir 1, 3, 7 und wenn man genauer hinschaut, dann ist diese 3 entsteht mit 4 minus 1. Die 7 entsteht mit 8 minus 1. Also wir haben hier 2 hoch n. Wenn wir 1 einsetzen, haben wir 2 hoch 1 ist 2, minus 1 ist 1. 2 hoch 2 ist 4, minus 1 ist 3. Also haben wir 2 hoch n und davon ziehen wir 1 ab. Im Betenteil wurde ja mitgeteilt, dass 42 Reiskörner 1 Gramm wiegen. Jetzt sollte die Formel zur Summe der Masse in Tonnen für n Felder berechnet werden. Wir erinnern uns ja an das Beispiel mit dem Cent pro Tag mit der Verdopplung und da hatten wir schon eine erstaunlich hohe Zahl bekommen. Deswegen gehen wir hier schon mal von der Summe in Tonnen aus. Man nimmt die Summe der Kornanzahl für n Felder, die haben wir ja mit 2 hoch n minus 1 und dividiert zunächst durch 42. Dann hätten wir die Masse in Gramm und die rechnen wir jetzt noch in Tonnen um. Wenn eine Tonne eine Million Gramm hat, müssen wir das noch durch eine Million teilen. Wir haben also 2 hoch n minus 1 durch 42 Millionen. Und jetzt schauen wir uns die Tabelle zunächst vollständig an. Wir haben ja 64 Schachfelder. Wenn man sich das hier mal anschaut, das glaubt man kaum, kommt man ungefähr auf 439,2 Milliarden Tonnen. Wir schauen uns dieser Entwicklung der Tonnen über den Schachfeldern mit linearer Y-Achse an. Das sind 1000 Millionen, Milliarden, also 50 Milliarden ist eine Einheit. Das heißt, hier unten sehen wir natürlich nichts. Hier haben wir bis 500 Milliarden Tonnen. Logarithmische Darstellung der Masse in Tonnen aufgetragen über der Anzahl der Felder an die Schachbretz. Hier haben wir die Masse in Tonnen über der Anzahl der Schachfelder. Zwischen dem fünften und sechsten Schachfeld haben wir ein Gramm, das sind 10 hoch minus 6 Tonnen. Bis zum fünfundzwanzigsten Feld haben wir bereits 0,8 Tonnen. Beim zweihunddreißigsten Feld kommen wir auf 102 Tonnen. Und beim zweihundfünfzigsten Feld bereits auf über 107 Millionen Tonnen. Ein Patient erhält für eine medizinische Untersuchung ein Jodpräparat mit einer radioaktiven Konzentration von einer Million Becquerel. Die Halbwertszeit von Jod 131 beträgt 8 Tage. Vervollständige die Tabelle, entwickle eine Formel und stelle die Radioaktivität über der Anzahl der Halbwertszeiten dar. Zunächst schauen wir uns mal die Tabelle an. Die Halbwertszeit bezog sich ja auf 8 Tage. Zum Zeitpunkt T gleich 0 haben wir eine Million Becquerel am 0. Tag. Nach 8 Tagen halbiert sich die Radioaktivität und wir haben die Hälfte, also 500.000 Becquerel. Dann wieder 8 Tage später, also am 16. Tag haben wir wieder die Hälfte, nämlich 250.000 Becquerel. Am 24. Tag 125.000 Becquerel und so weiter. Jetzt kommen wir zur Formel. G0 ist mit einer Million bekannt und Q mit Halbwertszeit, also 0,5, aber alle 8 Tage. Und wir suchen Gn. G0 kennen wir ja schon mit einer Million. Gn gleich eine Million. Q ist 0,5 mal 0,5. Und jetzt können wir nicht hoch n nehmen, sondern müssen hoch n durch 8 dividieren. Schauen wir mal an, ob das überhaupt stimmt. Bei 0 Tagen setze ich ja für n 0 ein. 0,5 hoch 0 durch 8 ist 0,5 hoch 0 ist 1. Also haben wir eine Million. 0,5 hoch 8 durch 8 ist 0,5 hoch 1. Das ist 0,5 mal eine Million. Da halten wir 500.000. Für n gleich 16 ergibt sich 16 durch 8. Das ist 2. 0,5 hoch 2 geben wir dann in den Taschenrechner ein, multiplizieren mit einer Million und kommt auf 250.000. Und so weiter. Jetzt sollte noch die Radioaktivität über den Halbwertszeiten dargestellt werden. Wir haben hier die radioaktive Konzentration über der Halbwertszeit in Tagen angegeben. Am Tag 0 haben wir eine Million Becquerel. Nach 8 Tagen 500.000 Becquerel. Nach 16 Tagen 250.000 Becquerel. Nach 24 Tagen 125.000 Becquerel. Ab dem 32. Tag bis zum 144. Tag lassen sich diese Werte hier überhaupt nicht mehr ablesen. Radioaktiver Zerfall von J131 dargestellt über der Anzahl der Tage mit logarithmischer Y-Achse. Wir haben hier die radioaktive Konzentration in Becquerel aufgetragen über der Anzahl der Tage. Wir schauen uns mal einige dieser Werte an und zwar bei 0 Tagen hatten wir eine Million Becquerel. Nach 8 Tagen die Hälfte 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Nach 40 Tagen haben wir 10.000, 20.000, etwas über 30.000, also 31.250. Nach 72 Tagen haben wir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, etwas über 60.000, also 61.000 genau. Und nach 144 Tagen haben wir 1, 2, 3, 4, etwas unter 4 Becquerel, also 3,8 Becquerel exakt. Wir können bei der logarithmischen Darstellung die Werte relativ gut ablesen. Radioaktiver Zerfall von J131 dargestellt bis zum 18. Tag. Versucht man die Aufgabe selbst zu lösen? Zunächst haben wir hier natürlich die gleiche Formel wie vorher, Gn gleich Gn mal 0,5 hoch N durch 8. Am Tag 0 haben wir eine Million Becquerel, dann 8 Tage später 500.000 Becquerel, 250.000 Becquerel. Also ihr seht, die Formel lässt sich natürlich auch für die einzelnen Tage hier verwenden. Und dargestellt sieht es dann so aus, hier haben wir eine Million, nach 8 Tagen, das wäre ja hier, da haben wir die Halbwertszeit, also 500.000 Becquerel, und weitere 8 Tage später, bei 16 Tagen, haben wir 250.000 Becquerel. Und die ganzen Zwischenwerte hier bekommt man natürlich auch mit dieser Formel ausgerechnet. Eine Bakterienkultur besteht zum Zeitpunkt t gleich 0 Stunden aus 2000 Bakterien. Nach 2 Stunden gibt es 3000 Bakterien. Entwickle eine Formel zur Berechnung der Bakterienzahl nach n Stunden. Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. Zunächst verwenden wir wieder unsere Formel gN gleich g0 mal q hoch N. Wir kennen zwar g0 mit 2000 Bakterien, aber wir kennen den Wachstumsfaktor nicht. Und den müssen wir jetzt erstmal berechnen. Wir wissen aber, dass nach 2 Stunden die Bakterienanzahl 3000 beträgt. Also g2 gleich g0 mal q hoch 2. Wir machen einen Seitentausch, dann erhalten wir g0 mal q hoch 2 gleich g2. Dann stellen wir nach q um, indem wir durch g0 dividieren und die Wurzel ziehen. Wir erhalten q gleich Wurzel aus g2 durch g0. Für g2 setzen wir 3000 ein, für g0 2000 und erhalten den Wachstumsfaktor mit 1,224. gN gleich g0 mal q hoch N. Für g0 setzen wir 2000 ein, für q 1,224 hoch N und erhalten die gesuchte Formel. Hier seht ihr ja bereits die tabellarische Darstellung. Und zwar läuft die Zeit von 0 Stunden bis 31 Stunden. Mit dieser Formel habe ich jetzt die Anzahl der Bakterien berechnet. Hier habe ich noch eine Nachkommastelle hinzugefügt. Wir haben zum Zeitpunkt 0 2000 Bakterien. Acht Stunden später haben wir 10.122 Bakterien. Nach 20 Stunden haben wir 115.245 Bakterien usw. Stelle die Bakterienanzahl über der Zeit bis zu 31 Stunden tabellarisch dar, das haben wir ja gerade gesehen, und zeichne die Funktion in das Koordinatenkreuz mit logarithmischer y-Achse ein. Ich habe hier bereits dazu eine Gerade eingeblendet. Wir beginnen ja hier mit 2000 Bakterien und wir nehmen mal hier diesen Wert, nach 20 Stunden haben wir 115.200. Wir hatten hier 2000 und jetzt muss ich die Steigung der Geraden so einstellen, dass ich bei 20 Stunden ungefähr, das könnte so ungefähr hinkommen. Zum Zeitpunkt 0 habe ich ja 2000 Bakterien. Nach 8 Stunden habe ich etwa 10.000 Bakterien, 10.100. Nach 20 Stunden, da hatten wir ungefähr 115.000 Bakterien. Hier sind 200.000, also könnte das ungefähr hinkommen. Also ihr seht, diese Funktion kann man einfach mit einer Gerade zeichnen, wenn eine logarithmische y-Akse verwendet wird. Dann brauche ich nur zwei konkrete Punkte und dann stimmen alle anderen Werte auch. Exakte Darstellung des Wachstums der Bakterienkultur. Schließlich war noch gefragt, welche Bakterienanzahl ich nach 60 Stunden habe. Da setzen wir einfach für N60 in unsere Formel ein und erhalten ungefähr 382,6 Millionen Bakterien. Da die Nahrungsmittelversorgung der Menschheit zukünftig unter anderem durch die Veränderung des Klimas, die Abnahme von Anbauflächen und die Zunahme des Bevölkerungswachsums gefährdet und andererseits die Entsorgung von Lebensmittelresten in den reichen Industrienationen extrem hoch ist, suchen die Wissenschaftler nach Auswegen. Ein interessanter Ansatz besteht darin, die Nahrungsmittelabfälle an Fliegenlarven zu verfüttern, die dann an Tiere weiterverfüttert werden, wodurch große Anbauflächen für Tierfutter eingespart und gleichzeitig die Abfälle aufgebraucht werden. Da die Fliegen sich unter Laborbedingungen schnell vermehren und die Eianzahl exponentiell zunimmt, aus denen die Larven entstehen, hat man nach relativ kurzer Zeit eine ausreichende Menge von Larven. Auch das Eigenwachstum, das zur Herstellung von Lebensmitteln und Biokraftstoffen genutzt wird, beruht auf exponentiellem Wachstum. Das exponentielle Wachstum spielt unter anderem auch bei der biologischen Abwasserreinigung in Klärwerken eine wichtige Rolle, in denen Billionen von Bakterien sich unter Zufuhr von Sauerstoff von den unerwünschten Stoffen aus den Abwässern ernähren und als Biomasse vom bis zu 95% geranigten Wasser getrennt werden. Das so geranigte Wasser wird unter anderem zur Bewässerung von Feldern und zum Beispiel zur Toilettenspülung in Entwicklungsländern eingesetzt und hilft, die begrenzten Trinkwassergesourcen der Erde zu schonen.